Du saßt nicht am Steuer von dem Auto, aber du saßt am Steuer von dieser Produktion. Haben wir nicht gesagt, diese Fragen stellen wir nicht. Hallo, wir sind Pengpalast, eine junge Theatergruppe aus Bern. Doch was gemeinhin unter Theater verstanden wird, interessiert uns einen Feuchten. Nee, macht die Scheiße auch was. Vielleicht einfach, wie wir ein bisschen was Aktuelles machen. Ein Ur-Deutsch. Das Thema war gefunden. Helden. Ich finde es nicht gerade das Schweiz, wo die Geburtsstätte ist von Helden. Für mich ist meine Mama absolut ein Held. Und dein anderer Opa? Ihr müsst da ran. Das ist doch, ich meine, das ist doch jetzt ein interessanter Punkt. Wir gehen nach Israel. Nach Israel? Ja, das ist doch nicht sicher. Ja, ich gehe nicht zum Feind. Ich gehe mal zum Feind. Hallo, tämä ist Louis. Hallo, Leute. Das ist das Bergen, um robustiniere B true für die Fehler. Und umалось,, um dazu zuz Unit. Nur bei denen ist jemand Ich bin ein Survivor. Scheiße! Unser Projekt lag in Trumann. Wir machen den besten Scheiß-Zirkus, den es je gegeben hat. Den besten Scheiß-Zirkus. Verdammt.